So, wir sind hier bei der ersten legendären Aufgabe, nämlich du liere dich mit Charakteren. Ihr seht, ich habe schon einen Kill. Das liegt daran, dass natürlich hier einiges los ist. Aber ich zeige euch jetzt mal gerade ganz schnell, was ihr hier machen müsst. Ist eigentlich ziemlich simpel. Ihr geht hier zu dem Bot. Geht einfach zu dem hin. Achtung. Zack. Und dann ist hier Kit Herausforderung. Kit Herausforderung, das müssen wir machen. Zack. Und jetzt geht's los. Zack, 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 zack. Und natürlich nicht sterben. Aber ich denke mal, die meisten werden jetzt wissen, was ich meine. Also einfach Kit hingeben, ansprechen, duellieren, töten, Aufgabe geschafft. Ich werde das Ganze jetzt noch ein paar Mal machen. Aber genau so wird es halt gemacht. Klar, wird nicht immer funktionieren. Hat auch keinen Heal, hat aber auch jetzt Angst, dass nur irgendein anderer Gegner kommt. Aber genau so wird es halt gemacht. Und in dem Sinne euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Aufgabe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne meinen Creator-Code eingeben. Und in dem Sinne euch viel Spaß und haut rein.